hey leute was geht willkommen zu einem weiteren part human fall flat mit dabei ist wieder der liebe ice man das ding hier ist das ding genau ich habe eine idee ich gehe hoch ach so Oder so Schickt Climbing Climbing Ich hab's Climbing Toll Deswegen blockiert einen beim rennen Climbing Übergeben So Climbing Hast du's? Ich hab's Ähm, Moment Sag mal so Climbing Climbing To fall properly Nein! Ah Hä? Warte, jetzt ist nicht Ja, wir haben doch davor noch eins, oder nicht? Ich kommt nicht Also, das... Ja, aber das da hinten konnten wir nicht aufnehmen, deswegen Climbing Ich... Ich... Ja Ich musste nur kurz eben Aufhören wegen dieses Scheiß Video Ja Das instruktionale Video wurde für alle, die nicht hoch genug fühlen Und ist bereit, um etwas über ihre Situation zu tun Climbing ist so einfach wie... Oh Gott Oh, hoch da! Ja, klar Du hast eins? Komm ich hier Ah Climbing To fall properly You need to get high Du hast eins? Also, brauche ich das nicht mitnehmen Ja To get even higher You need to jump Before grabbing the edge Raise your hands Running towards the obstacle Jump to grab the edge Lower your hands Pulling yourself up Oh man Ja, hinter mir liegt's Ja, leg in, leg in Ich muss jetzt meinen Sound ausmachen, Alter Und hoch da Ach so, mal gar nicht Und hoch da Climbing höher To get even higher Du wirst da irgendwie rüberkriegen Oder wir gehen da hoch Oder wir gehen da hoch Wir gehen da hoch Dann wirst du trotzdem da noch rüberkriegen Ja, dann springen wir rüber da Kuck mal Ich hab's gesehen, ja Ich hab's gesehen, ja Das Game ist so geil. Warte, ich hab's nicht. Jetzt. Das war knapp. So. Hab's. Hab's. Ja, das ist echt so was. War auch kurz davor. Ich hab's hingeschleudert. Wir können auch höher kleidern, wenn du willst. Links. Wir müssen aber hier rüber. Da hinten ist nichts mehr. Da war ich schon. Wir müssen in die andere Richtung. Ja, Moment jetzt. Was jetzt? Wir müssen oben drauf, ne? Ja. Wir müssen oben drauflegen. Da mal Karin. Wir müssen oben drauflegen. Kannst du da oben sogar drauflegen. Ja, nimm mal. Ja. 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 Warte. Ja. Ja. Warte, 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 warte. Karim? Musst du das Ding mitnehmen? Oh Mann! Ja dann komm! Da oben ist irgendwas! Da oben ist irgendwas! Hinter dir! Weißt du das? Ja! Meinst du die Stäbe da? Ja da kommst du aber nicht hin! Oh hier, bitte! Warte! Oh nein! Oh Gott! Warte! Guckst du erstmal? Und? Oh! Alles klar! Hau rein Karim! Ich kann rein! Yay! Alter die Musik ist da drüben! Das klingt wie es neben meinem Ohr! Ähm warte! Warte! Ja okay! Geh mal runter von dem Ding! Ach so mit zwei Leuten geht das auch! Renn du mal da hoch! Ich muss das Ding schmeißen glaube ich! Hä? Geht! Schmeißen? Ja! Bleib doch halt nicht hier unten alter! Leck mich! Du musst es gleich annehmen glaube ich! Du musst es gleich annehmen glaube ich! Lauf mal auf die andere Seite! Vielleicht können wir es ja hoch geben auf das Dingsten! Ach so ich dachte du willst das hier unten noch annehmen! Ach so ich dachte du willst das hier unten noch annehmen! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Wo bist du? Wo bist du denn? Hä? Wieso bist du denn oben? Du solltest mir das Ding noch entgegennehmen! Ja warte doch mal eben! Komm her! Ich bin oben! Das Ding ist unten! Ohne das Ding hochzukommen! Ich habe es geschafft ohne das Ding hochzukommen! Auf der Seite hier! Oder nicht? Hier! Hast du gesehen? Okay! Dann bringt es nichts! Okay! Lass mal das Ding kurz kippen! Schau mal das Ding her! Komm her! Bleib mir hier stehen und gib das Ding her! Ha 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 ha! Meist das erst mal weg! Ja! Bleib mir hier stehen! Ja! Ja! Hat es geklappt? Ja, ich habe es geschafft! Ja! Warte! Ich hole dich ab! Ohne das ist ja! Ich danke... Hier ist es! Ja! Ja! Das ist schon mal! Du bist schon? Du bist währenddessen. Schafft? Theo Ups. Du musst nicht loslassen, das Ding. So. Hör dir da rum. So, da rüber. Warte mal kurz, dass man rüber springen kann. Das Ding jetzt verfallen lassen, das ist scheiße. Scheiße. Hä? Hätte ich? Wieso? Da sogar gegen die... Ja, ja, ja. Ja, dann komm her, komm her. Komm ich jetzt da unten ran. Irgendwo hochwerfen? Komm doch nicht ran. Ich spring die ganze Zeit. Hey, da bist du ja. Hier, hier kannst du's haben. Warte, nein. Kannst du nicht über mich rüberklettern da hoch? Ähm. Warte, ich komm gleich mit mir. Komm mir hinter mir. Habe ich versucht. Warum hast du ja versucht, das Ding da hochzukriegen? Hast du geschafft. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab ne Idee. Ja, ich mach doch grad... Warte. Ja da oben, und da oben rauf. Ich weiß. Ich bin grad über dich rüber da hoch. Ja, du bist zu fett. Geht's? Jetzt. Ich hab dein Gesicht im Arsch. Ich hab dein Gesicht im Arsch. Ich hab dein Arsch im Gesicht. Okay, das funktioniert nicht. Warte. Special Agent in Ruhe. Sohle am Gürtel. Warte. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Kipp bevor wir drüben sitzen. Ja, besonders wenn wir zu zweit laufen. Nein, echt gar nicht. Haha. Kannst du nicht kippen, solange ich hier unten stehe? Nee, da rüber. Ja. Warte, ich lauf kurz rüber. Warte. Warte. Du kannst wieder kippen und wir versuchen nochmal das Ding da hoch zu werfen. Ja, sobald's auf dem Zug ist. Warum kommst du jetzt mit hier hoch? Wir brauchen noch das Ding. Ich weiß, ich wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken. Ja. Das war knapp. Ja, du kannst nicht stehen bleiben. Du bist zu fett dafür. Ja. Das war knapp. Warum? So komme ich nicht. Da komme ich nicht ran, das ist zu niedrig. Mal kurz, ich will was ausprobieren, ihr habt doch was gesehen. Was hast du getan? Ich bin jetzt hier, warte. Ah, hi! Na? Wollte gucken, ob man da vielleicht... Wir müssen das auf der anderen Seite versuchen, glaube ich, oder? Das ging nicht. Dann gib mir noch was. Ja. Was soll die Musik ausmachen? Ja, das ist echt so. Solutionen. Ja. Stimmlautstärke ist das, ne? Ja, Stimmlautstärke, super. Ja. Ding kipp. Sauber. Okay, ich warte erstmal. Du springst erstmal. Ja, dann spring doch erstmal da hinten hoch. Lauf. Lauf! Ich bin dabei, schneller geht das... Kann das Ding nicht ran. Das ist eben so geil aus, wie da rüber... Bist du das gesche... Ne, hast du nicht. Nein. Das ist also geil aus, wie du da hochgeflogen bist, Mann. Kann man das Ding über die Wipp vielleicht hochschießen? Weiß ich nicht. Hier ist dann der neutrale Angelpunkt. Kommst du mit rüber? Lenno? Ja. Ja. Und Karin. Na jetzt rüber. Toll. Lass das Ding liegen. Was denn? Ja, warte mal. Versuch uns erstmal ohne. Okay. Nevermind. Wer? Wer? Ja, ich bin auch gleich da. Also haben wir das Ding gar nicht gebraucht oder was? Oh. Knapp, knapp, knapp. Hilf mir mal. Hilf mir mal. Hm. Das Lass kaputt machen. Du das sofort durchkriegst. Ich kann sie hier weg. Das brauchen wir nicht. Der ist ein bisschen... Ah, okay. Das ist auch sehr gut. Du hast wie ein großer Computermonitor. Warte, schieb ich nicht mehr raus. Bist du ganz unten? Oh, geil. Ja. Schaust du schon, ich vertraue dir. Ja, ja, ich weiß. Oh, Leute. Was? Achtung, vielleicht kommt ein Fernseher und eine Couch runter. Okay, jetzt bin ich wieder hier oben. Hi. Lol. I bims. Sofa? Erstmal was zu aufräumen hier. Unordentlich hier. Genau. Außen auch noch. Geh weg. Wir müssen uns ausprobieren. Komm. Komm. Ich muss sie aufräumen. Aufräumen. Komm mit. Kommen wir so ins Sofa jetzt raus. Ey, yo, bro. Was geht's? Ich hab dich im Arm hier, weißt du? Das ist jetzt mein Kopf los. Hey. Nein. Ja, weil ich mich... Ich muss dann auch raushauen. Ach, du bist schon weiter gegangen. Ah, okay, Leute. Geht's echt so? Warte. Müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir hier... Irgendwas... Vielleicht ist hier... Vielleicht ist hier was unter. Kannst ja mit allem kaputt machen. Ja, jetzt lass du das Ding mal los. Ich lass durch die Scheibe drücken. Zu weich, glaub ich. Oh, warte. Das hat knack gemacht. Na, oder auch nicht. Damit durch die Scheibe. Hm. Warum nicht gleich so? So einfach. Durchspreng. Bunny, ich hab Skills. Kerten. Vorsicht, wenn ich das Ding hier ziehe. Biss ich. Hm. Geht das raus. Also mach mir das Ding mal auf hier. Oh. Da steuerst du mich gleich nach oben. Willst du dich da erstmal rein? Warte. Ja, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Soll ich denn da... Geh in die Wand, oder was? Extra Runde, extra Runde. Oh. Geil. 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 Bagger. Ein Bagger. Ja. Ich bin Baggerfahrer Klaus. Klaus Heribert, der 13. Klaus Heribert, der 13. Dann zieh mich mal hoch. Warte. Klaus Heribert, der 13. Kaputt her, ne? Ja. Noch eine Wand zu zertrimmern? Ne. I like it in the Wrecking Ball. Warte. Warte. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, warum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen das Ding da wegkriegen. Diesen Stab. Genau. Danke. Hau mich weg. Da bist du ja. Hä? Wer hat die geschubst? Mike, wer ist der Kuss hier? Ich nicht. Machen wir den Hebel da. Schau mal die Kiste. Äh, der Hebel ist kaputt. Boah, ja, warte, warte. Du brauchst die Kiste gar nicht. Du kannst dir doch einfach die Trümmer... Ja, egal. Jetzt habe ich die Kiste auch. Ja, lass doch los. Mach los, Junge. Nein. Nein, jetzt gib doch mal her, die Kiste. Puck doch einfach drauf. Nein. Die Kiste wollen wir nicht. Die Kiste, einfach. Komm mit. Komm mit. Komm. Wir stützen jetzt nicht gemeinsam runter. Komm, das ist los, Gadi. Okay. Ich höre es doch gar nicht. Ich habe mir nur fest. Das ist zwecklos. Ja, lass los. Okay. Alter, und... Nee, siehst du aus? Ja. Vor den Kopf geschlossen. Das ist immer so eine Sache mit dir, ne? Oh, fuck. Sorry, warte mal, warte mal. Bevor du... Aber... Nach dem Level hier machen wir dann Cut, ne? Okay. Aber wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Ah. So ein Stab hier. Ah. Zack. Safe point. Warte, lass mich drüber fahren. Hey. Jetzt, 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 jetzt. Hey. Warte. Okay. Bala, so, jetzt bounce nochmal dick, bounce nochmal dick. Und es ist schon wieder... Ey, das spielst du geil, ne? Es hat sich gelohnt, das zu holen, ne? Jo, so, drauf da. Jetzt gib Gas. Ja, ich seh, das Minimi. Ja, Karim. Ähm. Ich glaube, du musst... Du musst jetzt, glaube ich, jetzt auch positionieren, jetzt rüberspringen. Ja, ich kann da rüberspringen. Ja, ich kann da rüberspringen. Ops. Ähm, achso, da geht es hinten runter. Das Ding in der Mitte greifen. What the fuck? Ähm. Ähm. Was war das denn? What the fuck? Was jetzt? Was machen wir jetzt? Hä? Ah, hier unten geht es lang. Bounce nochmal dick. Ah, hier, wir würden anfangen. Oh. Jetzt. Ähm. Hier würden wir hier reingehen. Wo rein? Wo rein? Ähm. Lass ihn auch noch ordentlich machen Arsch! Was wird jetzt zu gierig? So, ich hab das Ding nur versucht unter dem Arsch gerade zu halten Lass da mal mit oben drauf Nimm mal ein Gegen Warte, warte Nimm mal weg da Jo Das geht Ja So, kann man das hier durchs Fenster werfen? Wahrscheinlich schon Ja Hey Oh, Feuerlöscher wird übergewertet Was mach ich damit jetzt das Fenster? Ach so Treppen Wer braucht schon Treppen wenn man springen kann? Richtig Wann die Treppe auch klettern? Wann der mit dem Schädel aufgeschlagen? Deswegen haben wir, äh, deswegen hab ich nen Schurz auf Ich bin auch krasht das Dummy Mit nen extra Schurz Ähm Boah, what a B up, Junge Der ist Ende Echt? Ja, das ist ein weiter Weg von hier aus Moment Ich find's gar zu blöd Ich find's gar zu blöd um sich aufzustellen Hm, warte mal Nein Nein, fuck Geht doch, voll klar Geht doch, voll klar Oh no Was machst du denn da? Holy fuck Hoch, zieh dich hoch, hoch, zieh dich hoch Ja Gerade wieder hoch Ähm Warte mal, warte mal Warte mal, warte mal, wenn wir schon mal hier sind, ne Würde ich sagen Wir cutten hier den Part Weil er geht ja echt schon zu lange Und ich würd sagen Wir sehen uns beim nächsten Video Haut rein Ciao Wir sehen uns beim nächsten Mal